Ich bin Vyvamos, ich bin ein Seelenpsychologe. Vielleicht glaubt ihr, dass das ein Widerspruch ist, einen Psychologen für die Seele zu haben. Denn wenn die Seele in perfekter Harmonie ist, warum hat die Seele eine Psychologie? Die Seele braucht keine Psychologie. Ihr seid es, die die Psychologie brauchen. Denn ihr habt Probleme in Bezug auf eure Seele. Eure Seele versteht alles und weiß alles, was geschieht. Aber wisst ihr, ich verstehe es schon, wenn ihr auf die Erde herunterkommt, dann seht ihr nicht das ganze Bild. Manchmal ist euer Leben wie die Titanic, wie das Schiff. Ihr seht alles nur, was oben ist. Und ihr seht nicht, dass unter der Wasserfläche ein Eisberg ist, der euer Schiff zum Sinken bringt. Und wenn das Schiff dann sinkt, dann sagt ihr, ups, was ist geschehen? Ich dachte, mein Schiff, das wäre seetüchtig und würde nie sinken. Oder ich habe nie gedacht, dass mir sowas geschehen kann. Und dann haben wir die große Titanic-Explosion. Das ist euer Tod. Und in der Diskussion über den Tod dann findet man, dass die meisten Menschen nicht glauben, dass sie sterben werden. Und sie glauben, sie werden immer leben. Also, es geht über mein Verstehen hinaus, warum jemand überhaupt für immer auf der Erde bleiben wollte. Überhaupt schaut es nicht aus, als ob die Dinge hier unten sich bessern würden. Und so könnte man meinen, dass die Menschen eigentlich glücklich sein könnten, dass sie gehen können. Aber manchmal möchten die Menschen aus den falschen Gründen gehen. Sagen wir, du hast ein großes Problem oder ein großes Thema, mit dem du dich befassen musst. Und du sagst, ah, lassen wir das jetzt, damit befasse ich mich im nächsten Leben. Und dann gehst du einfach und checkst aus. Ja, also du checkst aus. Das löst aber nicht wirklich das Problem, denn es kommt dann vielleicht zu einer anderen Zeit. Eine Zeit, die vielleicht nicht gerade so günstig ist, wie jetzt. Die Seele ist nicht so leicht durch euren Schmerz beeinflussbar oder kommt ins Wanken, so leicht wie ihr glaubt. Ist euch aufgefallen, dass Probleme irgendwie immer wieder zurückkommen? Zum ersten Mal ist es vielleicht ein Problem, aber es ist nicht so schlimm. Und dann denkst du, ja, ich ziehe einfach um. Ich beende diese Ehe, finde mir wen anderen. Es ist wirklich der Job, ich werde die Jobs verändern. Oder es ist so, wenn es der Job ist, ich suche mir einen anderen Job. Es ist wirklich die Stadt, in der ich lebe. Ich gehe in eine andere Stadt, das löst das Problem. Oder, noch besser, ich trinke lieber noch was und dann denke ich nicht mehr dran. Und das funktioniert vielleicht eine Zeit lang. Warum sonst gibt es Alkohol? Ist nicht das der Grund? Oder ist nicht das der Grund, warum es auf der Erde so viele Ablenkungen gibt? Ich habe nie diese Sache verstanden mit der Freizeit. Habt ihr auch so hier diese Freizeit, so Zeit verbringen, man macht was, damit halt die Zeit so vergeht? Geht die Zeit nicht schon schnell genug für euch vorbei? Wollt ihr sie noch mehr vorbeibringen? Ist das so, dass ihr glaubt, dass die Zeit nicht sich bewegt? Oder heißt das, dass das jetzt ein Wortspiel, das ihr in die Vergangenheit schaut, also dass die Zeit verbracht wird? Aber ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man einfach seinen Geist wegbringen möchte von was. Aber das ist auch ein interessantes Konzept. Ihr wollt euren Geist und Verstand von etwas wegnehmen, dass er sich entspannen kann. Viele Menschen haben den Geist und Verstand, also den Verstand, so wie einen Affen beschrieben. Und das gefällt mir. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung für den Verstand. Aber ich mag auch Affen. Vielleicht tut man den Affen da Unrecht. Aber der Verstand macht immer dieses. Und man denkt über dieses. Der Verstand, der plappert einem immer das Ohr voll, der redet immer über was. Und man kann ihn nicht stoppen. Und was sagt euch das? Ist da der Verstand das eigentliche Problem, statt die Lösung zu sein? Vieles von der Arbeit, die ich mit Menschen mache, ist, dass ich ihnen helfe, ihr Denken zu korrigieren. Und Teil der Evolution von euch ist, auch wie ihr euren Mind, euren Geist, euren Verstand korrekt verwendet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.